Let's go. Ja, die müssen grau machen. Achso. Ja. Wir ändern nix an unserem Draft. Sehr gut. Ja, denk ich auch. Ah, jetzt wird das aber ein bisschen anders, glaub ich. Ja. Ja, davon ist auszugehen wahrscheinlich. Äh, andere Reihenfolge, Arne, ne? Ja, klar. Ja. Super. Aber was hatte ich denn gewonnen? Du hattest auf jeden Fall Mundo nicht zuerst gewonnen. Ja, die Galio zuerst gewonnen. Tobias, ich glaube, ich kann Kled blindpicken. Der ist so broken, das fühlt sich so schlitzbar an. Was ist mit Cale? Oh ja, Cale gibt's auch noch. Ja, wir müssen halt auch nicht so blindpicken, ne? Also wir können ja... Müssen wir nicht, ne? Die zwei Events sind dieselben. Die werden jetzt Scala für irgendwas variieren, die Gegner. Ja, denk ich auch. Das wird Gin wahrscheinlich. Oder... Oder Cain. Oder Kled. Einen von den dreien werden sie raus. What? Okay. Ja, dann einfach wieder Cain. Cain, I guess. Ja, warum nicht? Hm. Okay, da picken die jetzt aber hier schon Gin plus Kindred diesmal. Ne, Samira, Leona, glaub ich. Ja. Really? Ja, ich glaub, wir hätten jetzt die beste Rotation. Die Samira hat grad so aber wirklich terrible aus. Ich glaub nicht, dass der confident auf der ist. Aber, also... Die Länen müssen ja stressig zu spielen, ne? Muss ich sagen. Also wenn wir jetzt nicht so viel... Wenn Phil und Karma nicht für uns spielen, dann gewinnen wir Rot nicht. Okay. Ja, gut. Mich braucht die ja im Endeffekt, braucht die mich nicht, aber... Oh, okay. Dann kommt die Yumi auch noch. Doch, Samira hat die sonst geturnt, weißt du? Ah, stimmt. Jede wette, dass die dann dieses Game Yumi spielen, wenn sie Hacker-Rim haben. Dann wird die Yumi-Jenner-Kombination, irgendwas weiß ich, irgendwas wird da kommen. Aber also Cain ist doch eigentlich gut in der EK. Ja, Cain ist gut in der EK. Ah, oder Lulu. Lulu, okay. Okay. Danke. Jyn. Jyn. Leona? Ist gut gegen Lulu, oder? Zack-Blöcki? Ja. Also... Also müssen wir nicht nehmen. Wir können irgendwas nehmen auf Bot. Wir müssen auch nicht beide Bot-Länder zeigen, theoretisch. Also wir können... Jyn können wir safe gehen. Ja, ja. Warum nicht? Ja, das Ding ist, wenn wir jetzt nicht Support picken... Glaub ich bahn hier schon Support, oder? Wenn wir jetzt hier Klett picken, zum Beispiel... Aber dann kriegen... Die können ja noch... Dann gehen die halt Kale. Ja, das ist doof. Aber die können ja auch jetzt irgendwie Jax gehen und dann Klett plus X bennen, oder? Also... Nee. Ich würde gerne entweder Rakan oder Leona spielen. Istanbul is cool. Willst du lieber spielen, oder was wollt ihr lieber auf Bot? Geh mal ruhig Leona. Ich glaub, Leona ist chillig. Ja, glaub ich auch. Einfach... Ist einfach tanky, engaged. Gut für uns. Ja, und ich kann mich auch vor den Hacker stellen und mir ne Queue noch geben. Wayne, okay. Lol. Okay. Seh ich zwar nicht so bisher, aber okay. Veen? Okay? Ist der bekannt für seine Veen, oder was? Eigentlich nicht. Okay. Ich mein, sie hat halt was Gutes gegen, ähm... Klett, ne? Wir bennen jetzt wieder Kale plus Camille, oder nicht? Oh ja. Ja. Finde ich richtig gut. Oder wollen wir... Ist irgendwie der Jax bedrohlicher, oder? Die werden jetzt halt Klett-Bun wahrscheinlich. Die werden jetzt aber jetzt nicht Klett-Bun, ne? Ah, die sind vom Wickeltisch gefallen. Vielleicht nehmen die selber Klett? Nee, wir haben jetzt den Weg, oder? Wie du den? Nee, die haben... Nee, die haben... Ja, echt schon die Klett. Aber der spielt eigentlich kein Klett-Bun. Ja, ja, ja. Die ist so eklisch. Ja, ja. Was hat der denn jetzt gegen Klett? Ich versteh das nicht. Hat der dann irgendwie einen neuen Pick ausgepackt, oder was? Oder er denkt, war einfach unlucky Games, ja? Do it again. Also, das war legit nicht unlucky. Der will das Match-Up nochmal haben, ne? Sieht so aus. Ja, vielleicht einfach ein bisschen Ehre wiederherstellen. Ja. Ich glaub, das ist eigentlich... Ich glaub, das ist eigentlich... Also, eigentlich müsste er doch eine Masse gegen VanLulu, oder nicht? Das stimmt, ja. Wow. Wow. Blind? Wir gehen Fullscaling, wir geben auf alles. Ja, aber... Ja, wir können halt... Ich frag jetzt, welchen Midlaner spielen wir da rein. Weil ich muss AP gehen, ne? Ja, das stimmt. Wir können ja kein Set oder so spielen. Wir haben Mordekaiser-Top. Ja, aber Mordekaiser-Blind geht nicht. Fuck. Oh, Leute, das ist ein Problem. Du kannst mir Six für Bot-Game und Jhin-Mitte spielen. Das können wir machen, ne? Klett erstmal, ne? Können wir X-Tier machen. Machen wir doch. Und ich geh Klett, oder was? Ich glaub, X-Tier-Mitte ist nicht schlecht, ne? Gegen Kassel. Ne. X-Tier ist ziemlich gut, ne? Ist halt hey, Karim, ne? Ich hab relativ viel Midlaner in Jhin gespielt, tatsächlich. Also, das ist okay. Also, Kledo? Ja, ja. Lock? Ja. Ja. Ja, dann werd ich Midlane-Covern müssen viel, ne? Also, ich fühl uns Rekord eigentlich schon wieder, tatsächlich. Ja, ja. Ist halt auch 80% so wie letztes Mal, aber... Ich weiß halt nicht, wie Zix Hotline gegen wen, aber... Ich weiß nicht, wie Zix jetzt generell in den Matches oder im Game gerade, wie stark der ist, aber... Warum nicht, ne? Und den Rekord... Oh, okay. Ja. Ja, wir müssen halt wieder Queen spielen, weil sonst... Ist doch schon ziemlich insane, ne? Wann? 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 20, ne? Achso. Das geht auch, klar. Können wir noch... Oh, 20 Wann? Ja. Vielleicht guckt ihr nicht auf die... auf die Karte oder so. Hm... Na, es muss 20 runter warten. Ja. Wir... Wir spielen Heavy-Around-Mitte. Zix kann Botland auch alleine halten. Ihr habt eh keine Kill-Pressure, oder? Hm? Ist richtig. Ja. Und das heißt, wir können Karni viel auf Mitte schicken. Ich werde... Also du musst mich Mitte callen einfach immer. Wenn du... Wenn du brauchst. Und... Project oder Dark-Cosmic-Brücke? Bitte? Cosmic oder Dark-Project? Oh, mach Cosmic. Finde ich persönlich geiler. Rettet einfach mehr. Ja. Jetzt wird... So, wo kann Hekerim das Game spielen? Eigentlich auf keiner LAN, oder? Er muss Mitte, ne? Ja, was soll er Mitte machen? Also... Heker wird schon Jinn alleine töten können. Ne, 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 ne. No? Glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht. Tatsächlich. Also Pre-Six passiert ja gar nichts. Genau. Nach 6 und wenn er ahead kommt, ist ein Problem. Aber sonst nicht. Okay. Okay. Ja, wir müssen also Ultra-Clean spielen. Wenn die einen Fight zurückkommen, dann wird's schwierig. Ja. Also das ist echt ein Game, wo wir von ahead spielen müssen. Nice, nice, nice. Ähm... Ja, ich werde für Raptor-Cheese dann gehen, ne? Ja. Immer Priority-Mitte, ne? Immer. Okay. Ich werde zwar auch immer Prior haben, aber ich glaube ich werde den mehrmals freezen, damit er ein bisschen misst. Der gefällt uns im Jamal ist wie? Ähm... Sollte ich eigentlich gewinnen. Angenommen, es gibt jetzt ein 3 und 3-Bot. Machst du mehr als Hecker? Wahrscheinlich nicht, oder? Ab 6 nicht. Er hat actually keine Armor mitgenommen, Brügge. Lol. Lol. Er hat actually keine Armor mitgenommen. Sweet. Fucking go. Vielleicht swapen die Dwayne mit. Das wäre für uns... Das wäre insane für uns. Ich won, wir won in Kasadin Level 3. Ich sag dir, wie es ist. Er hat die swapen sicher nicht Kasadin-Bot. Nee, nee, nee. Das machen sie sicher nicht. Mitte hart ins Fressbrett kriegen von dem Gym. Mhm. Stimmt. Ja gut, das heißt... Ja gut, das heißt... Röki, du bist dieses Game für deine Pink Ward selbst verantwortlich. Ich werde die Pink Ward alle mitleinplacen von mir. Nee. Sicher? Ja. Na gut. Du wirst mal ein Pink Ward kaufen können und dir das da hinstellen. Diesmal invades sie, oder ne? Ja, ich werde Raptors invaden. Will ich mitkommen? Ah, I mean... Maybe... Macht halt Striker Raptor, ne? Könnte schon sein. Ja. Deswegen. Aber... Late, late, ne? Ich komm einfach nur kurz mit. Mal sehen, was passiert. Die Lulu ist halt schon squishy. Können wir... Denkst du, wir können da Level 3, wenn sie wieder so aggressiv spielt wie letztes Game? Mal 3, ja. Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Mate, können wir den jetzt noch stillen? Ja, 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 ich still den erst. Ich mach halt gar nichts, Level 1. Hab ihn. Nice, yo. Nice, let's go. Kommst du ran? Nice. Let's go! Well played, Daniel. Nice. Ja, das ist so huge, Leute. Er hat auch ein Ghost. Ich hätte eh starten sollen. Kriegt ihr Bot Pryon? Nee, oder? Auf gar keinen Fall. Können wir nicht. Okay, dann werde ich nicht seine Botsetzen melden. Ah, der Hika ist jetzt auf jeden Fall gut, du ihn schonmal. Ähm, hier ist watered. Ich werde aber trotzdem schauen, ob ich Bot Crap krieg. Ja. Ich hab wohl irgendwo Minion in die P-G misst. Ich flash hinterher. Starkes Ding, Leute. Ich bin gleich Bot da. Nein, ich bin tot. Ich bin Bot gleich da. Ich hab sie. Die hat keinen Flash aber cleanse noch. Ja. Hika wird auch vorzeit sein. Nee, hins auch raus. Oder hins auch raus. Okay. Raus pushen? Ja. Ich komm gleich mit lane. Brauchst du Gold? Nö, kannst nehmen alles, was du brauchst. Schöne W. Hika bitte. Nächste Wave passt, oder? Äh, ja. Nee, komm mal lieber runter. Okay. Also, damit er damit noch... Bin auf dem Weg mit lane, aber... So bad von mir. Den mach ich alles, ne? Der geht einfach um die Runde und wird nochmal mitkommen. Kannst du da sein? Ja. Das Ding ist, ich bin halt Level 2. Let's go! Er hat keinen Ghost. Er hat keinen Ghost. Er hat keinen Ghost. Doch, doch. Ich hab gleich... Ich bin on my way vom Bot State River. Ihr habt keinen Flash, ich kann gleich machen. Ich bin so bad, naja. Warum mach ich nicht erst Q? Wir ziehen beide... Nein, 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 nein. Lass die Wave zu mir bouncen. Ja, ja, ja. Äh, ich muss nochmal kurz reset den, Brücki. Wait, he chased mich. Der Kassadin hat keinen Flash. Du musst base'n, ich bin halt leider nur Level 2. Die Bank kann move'n in theory, ne? Kommst du raus? Ich bin nur Level 2, leider. Mal base'n. Okay. Kassadin tipeet. Ja, Kassadin hat keines Tages. Okay. Der Hacker schon wird sehr gut behind jetzt. Ist nice. Freddy ahead. Ja, 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 ja. All the good parts. 19 Midlane. Fuck, wann haben wir die unten gekillt? Oh Mann. Nein. Ich kann hier gleich wieder Bot kommen, ne? Und ganz grob. Aber ich muss top tipeen. Hacker wird top set sein, Anu. Ja. Bots haben sind aber grob getimed. Falls es nicht mehr genau wann der Fight war. Ich komm hier Bot, Geist. Ich komm hier Bot. Hm. Ich brauch ein Minion auf 3. Der Dings muss mitkommen gerade. Wer ist der? Der Hackerim. Der Hackerim. Der muss ihm helfen. Der hat gerade die Kabel gemacht. Ja, ja. Ja, komm, komm. Pretty sure, dass der jetzt mit ist. Hier, maybe. Okay. Der flash. Oh, der hat schon gar nicht geflasht. Okay. What? Er ist hier. Sorry Jungs. Okay, ähm. Oh, ich hab eh noch nicht geskiffed. Okay, genau. Ich kann hier wieder von hinten kommen in der Theorie, ne? Hm, ja, muss nicht over ganken, ne? Macht es so, wie das dir passt. Die respektieren aber auch gerade. Die kommen im Flash sogar für dich, ne? Ja, ja, ja. Kann ich runterkommen mit Ult und den Canyon? Ja, das würde gehen, ja. Ja. Phil, das gehört sowieso. Ja, ich baite das hier. Ich bin nicht bei euch. In position, in position, go, 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 go. Ah, fuck. Ich hab die. Die hat kein Flash. Oh, Junge. Starkes Ding. Oh, Phil hat sogar überlebt. Ja, natürlich. Ja, du gehst wahrscheinlich eh basen, oder? Äh, ich würd's Drake noch machen. Ja. Ja, ein bisschen tanken wir, nice. Wer vielleicht TP? Jetzt gleich muss ich dann ein bisschen... Der TP't hoch? Ja. Mega nice, hoch. Ich frag. Ich bin echt super tot. Ja, warum eben dich? Hier kam Mitte. Hat geghostet hier, ne? Oh, wir müssen uns berlen. Hm, der kommt vielleicht zu euch. Du kannst weg, kann ich. Geh weg. Rafe push in uns rein. Ja, ich hab leider den Kill auf mich gekriegt. Ich mach den Graf hier. Ich mach den Graf hier. Ich werd hier noch Raptoren machen und basen. Oh, jetzt schuhe ich da runter. Und dann gucken, dass ich für Top-State irgendwie spiel. Damit wir Harald kriegen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich muss basen. Ich krieg den können. Ja. Oh, wie sieht das denn eigentlich mit Blubuff aus? Kann ich den nehmen? Ich kann nicht basen. Äh, du kannst den nehmen, ja, ja. 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 Ich bin jetzt grad da mitte, ne? Ja. Lass ihn ja keinem präsentieren. Ja. Die haben hier auch keine Vision. Oh. Ich bin jetzt in Shutdown. Ruf mal einen, nennen. Kann kommen. Ja. Brücki auflassen. Lulu läuft mir hinterher. Alles wird gut. Ich bin vorher hier. Der rüllt ab. Wo. Sind wir uns dann? Oh no, ich komm nicht hin. Dammit. Lulu war gerade irgendwo hier. Brücki, pass auf, sie ist gleich wieder vor mir unten. Ich pass. Ah, dammit. Ich kann hier grad auf Blubuff noch drauf. Ich bleib bei dir. Lulu ist hier, die wollen das spielen. Hekaku wird auch kommen. Ich hab UL als Follow-up, wenn es nicht dann reicht. Kann man auch moben? Moe, ich moe, ich moe. Okay, nice. Nee, ist fine. Stay mit. Ja, ja, ja. Er ist nicht hier. Oh mein Gott, das ist nicht rein. Oh. Er steht super close. Kurz vorm Disaster. Hekka topside wahrscheinlich. Okay. Aber kein UL, ne? Hat keine UL, ja. Close? Die werden wieder für mich mitteschauen. Ja, ich bin... ...somewhat around grade Mitte. Ich werd jetzt äh, topside gucken. Fällt das mit diesem, wenn du lootest, jetzt schiebt sie ihn noch? Hm, sie hat jetzt einen Flasher da. Also unten. Äh, ja stimmt, die Flasher sind ja. Er mitte hat auch wieder Flash. Und wir flippen sie loons. Nur Vayne-Flash ist grad down. Ich guck hier grad topside. Malfight moved Mitte. Okay. Können wir auf den Euro Collapsen? Ja, ja. Der hat keine UL, kein Flash. Aber Hekka kann halt hier sein. Aber Hekka kann halt hier sein. Aber Hekka ist mitte. Okay. Wir kriegen einen Topline-Kill. Ich bin vor weit für Wavekind. Oh. Ich UL, ich UL, ich UL. Oh, okay. Ich move mal mit dem. Okay, ne, ne, pass auf. Ich will einfach anflischen sein, my word. Ich hol die Wave an, ja. Okay. Musst du da mitte gehen? Aber Hekka ist okay, oder nicht? Du flest XP sonst, vielleicht. Jo, komm wieder. Hekka mitte. Hekka mitte. Kann. Ich komm mit in der Oli. Ja. Geh mit. Okay, hm. Wenn nicht, der livet. Warte, geh doch weiter. Ah, hier ist ein Pink. Okay, ich clear den Pink hier. Ist auch fun. Ich bin auf Harrod drauf. Okay, ich komm wieder nach unten. Hekka hat geghostet. Okay. Okay. Oh, schade. Passant. Passant, komm wieder mit. Äh. Haben die Gegner TPs? Hekka. Kein TP, top. Mitte hat kein Flash mehr. Hinter uns sind keine Wards. Mitte kein Flash, Mitte kein Flash. Wave ist neutral. Ich muss basen. Der kann hier nach oben laufen, ne? Ja. Macht der auch gerade. Könnt er nicht fighten. Könnt er nicht fighten. Nee, nee. Wollte er als Exit nehmen. Äh, wir sind unten gerade in einer, in einer kleinen problematischen Situation. Ja, ich bin fine. Ah, ich bin tot. Oh mein Gott, dein Damage. Good job. Danke für die Cover. Hm, nice. Ich werd hier resetten. Nein, für, boah, actually, ich muss noch. Drake in 30. Hier ist der. Werden die Instant Drake machen? Wahrscheinlich schon, ja. Ja, immer wieder so, ja. Malfi hat noch keine Ult dann für den Drake. Ich bin so strong. Ich würd sogar... Dass sie nicht, ob in Time da sind. Aber Vayne ist low. Also, hm. Ich glaub wir können das spielen, theoretisch. Ich bin leider noch nicht Six. Ganz hier rum gehen. Na Flash. Hey, gar kein Ult. Das heißt, wir können safe Drake machen. Ich glaub auch. Wenn der Freddy back hat, kann sich hochleach mit seinem Lifestyle, ne? Ich bin da. Komm mal. Ich würd den Drake schon gerne... Ja, ja, ja. Same. Ich bin, ich bin auch hier. Malfi könnte von oben kommen, ja. Ja, ja. Mein Ult ist 30, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Boah, darfst du denn wieder reinjumpen? Wir können ihn hier starten, den Drake, ne? Ja. Nicht dafür. Ich hab auch noch Herald ab, aber den können wir danach machen. Wir könnten auch hier wieder spielen. Von oben. Wo sind wir gerade? Ja, wir haben hier. Nur Krabsies. Können wir Botlane move'n und wir gehen für den Turtles? Äh, geh weg, Harni, geh weg. Kann man das spielen? Können wir auch. Sehr gerne, ja. Wenn du Pfeiler hast. Ich hab immer Pfeiler. Äh, kannst du mir hier bei Drake helfen? Pfeiler? Ja. Aber ich glaub, Botlane Turret wär halt einfach free. Vorsichtig Pfeiler. Ja, jetzt dann. Weiß. Flash und Ulti. Heka Top. Heka Top, okay. Ich hab in zwei Sekunden wieder ihn. Oh, pass ihn bei uns. Pass ihn bei uns. Malphite wird gleich Ulten. Malphite Ulti? Malphite keine Ulti? Malphite keine Ulti? Ich bin mit bei Dian hier. Rainer hat keinen Flash. Rainer hat keinen Flash. Rainer hat keinen Flash. Oh, ich hab gemisst. Rainer hat alles, oder? Kommst du da noch rauf? Äh, ne. Ja. Wir haben aber Tölt. Kriegen wir eine Turm ohne Herald? Ja. Sollte. Hast noch ein Rot drin? Okay. Ja. Ich kann runter TP'n gleich für den Turret. Ihr müsst den Herald bitte nicht netzen. Ja, okay, okay, okay. Äh, ich würd unten runter TP'n jetzt. Und dann probably hoch gehen. Okay. Okay. Mitte Tölt ist auch super low, ne? Ich komm zu dir. Ich back, ich hab Freddy. Aber Tölt, ne? Dann geh ich hier back. Hast du den? Ja, ne? Heka wird für die Krabbe gehen wollen, ne? Ja. Ein bisschen schwer sein, weil die Plattenglöcher gehen, ne? Ja. Zehn Sekunden, aber ich hab cooldown. Ich weiß noch nicht, ob ich... Heka ist hier. Der hat ult, ne? Der hat ult. Ich hab in fünf Sekunden ulti. Ich setz Herrick mit Instant Mitte. Wir brauchen den eigentlich auch hier nicht. Wir brauchen den eigentlich. Kannst du den Top gleich machen. Ne. Ich geh bot, ne? Ich geh bot. True. Und der stirbt sowieso. Good job, Gast. Ja. Okay. Heka bot side. Ich push dir eine Mitte wave noch vor. Oder? Okay. Ne, ne. Das ist fun. Gut. Oh, ich hab Form. Ich bin stark. Ich hab Goredrinker. Ist der jetzt hier? Der Heka? Ja, 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 ja. Wie machen wir denn jetzt unsere Lanes am besten? Hm, ich würd... Ja. Schwierig, ne? Ich muss endlich Stacks abbauen. Ich hab immer noch keinen Side-Storn. Mir fehlt noch ein Cannon-Minion. Aber ein Normal-Minion tut sogar auch ein Melee mittlerweile. Ich bin so strong. Aber ich kann Side-Name gehen einfach so. Ich kann Side-Name gehen und... Oh, ich bin so strong. Ich glaub, es wär fast sinnvoll, die Leona jetzt für eine Weile zu mir zu schicken. Komm, ich... Ja. Ähm, brauchst du den Blue? Äh, den kann ich dir hier geben. Nee, ist fine. Okay, dann geh ich mit dem Blöck hin. Ja. Danke dir. Den 10 hab ich holt, dann können wir in das nächste Play starten. Ja, ich... ich muss actually Harald stellen. Die rennen mit? Okay. Ja, die rennen mit. Ich bin noch nicht da. Wir können das, glaub ich, aber... I'm coming, I'm coming. Die sollten alle tot sein. Ja, die ist dead. Nice. Keep, 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 keep. Kill den, kill den. Ich ulti hier lang. Kannst du kriegen Lula? Komm von oben. Hier. 2 Sekunden Q Könnt mit in den Hevel pushen dann Könnt mit in den Hevel pushen Ok, ich zieh Mitte, ich zieh danach hoch Prinzip zieh, ich könnte 2 Turtles glaube ich nehmen Gut Hast du ihn, können wir einfach wegdeigen Ist echt schön schwer zu überleben, so ein Heger im Ulti Wer hat den Shutdown bekommen? Ich weiß nicht, ob ich den Shutdown wert Das war auch kein Shutdown Ja, vielleicht sind wir nicht so erhebt Die hat keinen Flift, die Wain Cleanse ist aber ab Aber nicht in der Mitte Aber ich bin leider, ich hab kein Mana Ich hätte recoilen sollen Er hätte das auch unheimlich gemacht Wir dürfen auf gar keinen Fall jetzt choken Und wir müssen den nächsten Break bekommen dann Leute Ja, wir haben Infernal Soul, also das ist Game Winning dann auch Also, aber es geht bloß darum, wenn wir hier hinten, dann ist es ganz schnell vorbei Ja, auf jeden Fall Kastatin hier oben Wer ist oben, Kastatin? Ja Brauchst du meinen Rücken hier? Ja ne? Alles ja Wir können einfach für den Turm hier Oh, Malfight hier oben Aber Malfight hat keine Ulti Aber trotzdem sollte er es wahrscheinlich nicht fallen Boah Ah, Malfight hat Shutdown bekommen God bless Äh Ja, wir haben eigentlich nicht so viele Spieler, die Malfight töten können Okay Und ich darf ja sagen, mein Champ ist useless Ja Bring ihn mal dazu, in dich rein zu ulten Ja Ja, wir wollen für Drake spielen hier in der Minute Haker kommt Ja Weil die hier oben einfach falten und ihr klimt durch den Drill Sind wir stark genug, um den Haker zu falten Ja Vielleicht geben die den wieder auf, ne Für einen guten Fight Ja Wir müssen aufpassen, trotzdem Ja Malfight bot Ja Die gehen jetzt für mich Hier ist der Turbler, ne Könnt ihr den Drake nehmen in der Zeit? Ja, wir nehmen den jetzt 17 Sekunden Aber 17 Sekunden sind echt Ist echt lange, die werden uns hier facechecken noch Wir kommen auf den Malfight gehen, maybe Ne, Hunder, du musst schnell runterlaufen Deren, deren Midlane kommt hier Die kriegen den Drake, ne Ne, ne, ne Doch Haker hat keine Malfight hier Ja Ja Hat der ult Ja Kassadin wird TP haben, ne Nice, nice, nice Okay, aber jetzt haben die Jetzt stall kurz, ich bin in 10 Sekunden Ja, ja, lass stallen, lass stallen Das ist besser Aber Kani ist gar nicht in Position Ne, ne, ich bin oben Die haben keine Haker im Ult mehr, oder? Ne, haben Keine Haker im Ult mehr Vorsicht Kassadin kommt hier von der Flanke Ja Ich, ich block Kassadin ab Ich komm jetzt aus der Base Ja, der ist schon hier drin Action Die sind am Drake Ok, Kassadin hat kein Mana mehr Hab ihn Einfach raus, oder? Einfach raus, oder? Ne, 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 ne Die haben keine Ulti Die haben keine Ulti Ja, ja, wir können fighten Ich bin gleich da Ich bin gleich da Ich habe in 5 Sekunden wieder Ulti Ah, jetzt hätte ich wieder Ulti Dammit Schön Schönes Ding Wollen wir weiter machen? Ah, also ich bin Ich bin nur Ah, ich hab noch kurz stallen müssen Ich geh weiter, ich geh weiter Nice Killed das Pony Oh, die shit Oh, aber dein Set ist der Pony Schade Oh, mein Champ ist so voll Minusless Wir haben einen Drake bekommen Schönes Ding, Phil Peril ist noch machbar hier Ich renne da direkt hin Ich renne top Weißt du, Mann Okay, ich muss jetzt echt groupen Fucking bad, Alter Nie wieder Six Q's ist da, ne? Hab ich ja schon gespielt So bad Können wir hier Harald lachen? Können wir noch Kann den Drake grippen gehen Ja, ja Wir brauchen den AP Damage auf Male Fight Wir kriegen die alle nicht mehr down Yo, ich hab gerade versucht Also ich hab gerade irgendwie so 3, 4, 5 Q's gehittet Hecker Das wird nix Oh mein Gott, was für eine Ult, du hübscher Mann ey Ich DP da hinter, ich DP da hinter Ah, so close Ja Gleich können wir noch Da gehen wir noch drauf, oder? Ja, ja, ja Können wir Ich komme vor wie in den FlexQ Games Alle hasten Freddy Ja, war alles verständlich eigentlich mit denen Oh mein Gott, das war das alles gewastet Schön Ihr könnt Ja, können wir nicht Ja Toplane Turret Fluba Ja auch Können wir nicht machen? Ja, ja Harald Harald ist weg Harald kriegen wir nicht mehr Harald geht nicht mehr Zweitlich Hier gibt's Lord Dominik dann als nächstes Und dann mach ich auch genug Schaden hier Um den Hakerin zu töten Was ist mit? Oh, ich glaube Jetzt hätten wir Drogo Bear machen können Ich bin weg, will er gehen? Ja Wer braucht bei uns? Vielleicht mach ich jetzt Damage Du machst schon schön Du machst schon schön Ok, Red Buff lasse ich dir stehen, Freddy, ne? Soll ich Blue Buff Brücke stehen lassen? Eigentlich schon, ja Ja, Khazadi nimmt grad viel Tempo auf, ne? Der ist von Also der ist jetzt keine 70 CS mehr behind, sondern der ist fast da Mhm Also vor dem müssen wir echt aufpassen ganz dran Das hier ist halt Wenn wir das aufpassen, dann soll das trotzdem Wofür baut der Trainer? Achso, für Mana, ne? Mhm, genau Also Können wir da Mitte fighten vielleicht? Ich hab noch keine ult Der hat halt Cleans Custardine ist noch Bot Lane Könnt ihr nicht hier runter gehen auf den Custardine? Der kommt Seid ihr in Range, oder? Seid ihr einmal an Bord mit Nashab? Geht das gegen Van? Ja, der wird, der wird gone sein Ja Ja Ich geh wieder mit, ich geh wieder mit Malfight ist Miss Könnte theoretisch auf den Six von ganz hinten kommen Du brauchst noch eine Wave, dann zieh ich wieder mit rein, ja? Ja Das kann ich nicht, wie wir das Tempo erhöhen können, dass wir quasi jetzt Gamefinishen ist zu nicht Mhm Echt hart Das ist nicht einfach, ne? Komm jetzt Mitte, dann Lüft und Fight gucken, oder? Die sind Topside, ja Vielleicht können wir hier für ein Fight gucken Ich könnte da in den River rein holen Ja, ja Ja, 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 ja Ja, ok, ok, ok Oh Äh Wir spielen das Lulu Ah, ist nicht gut Trung Kommen wir noch auf Vayne raus? Ja ich muss auf die Vayne Vayne depend Na hochh, Herr Fight ist nicht so weit Ja ok, ok Kär Kär Ani Ah Fuck Oh, die Granate? Okay Nice Die haben alle dafür, ne? Nee, der nicht Den solltest du bekommen trotzdem Doch, 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 den kriegst du Obwohl, wenn er coot, dann ist er zu schnell Ah Nice Drake in 50 Fünfzig Fünfzig Alright Kevlo Dominix Bröki, da hätte ich nie gedacht, dass sich der so hops nimmt, aber Na, ich habe auch nicht gedacht, dass die beide für Beide für mich gehen Das ist das, was ich davor ins Gesicht gekriegt habe, jeden Fight Ja, Malfight plus Hecarim Ult So Das ist echt schwer, du Was, was warte ich denn? Soll ich, soll ich dann den Hecarim weghalten, oder? Nee, 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 nee Das war erstmal so, wir, wir müssen einfach nur flashen, beziehungsweise ein besseres Positioning haben Ja, genau Ja, die hatten halt hier eine Wut Ich bin schon sehr stark Lulu und Vayne sind, glaube ich, Haupttargets, weil die auch, ne? Ja, die sind immobil Wenn die Vayne spielt, das halt Die Vayne spielt das sehr aggressive, also die hat richtig Bock so Ihr hat gerade keinen zufrieden Wissen wir was haben, hast du die gerade benutzt worden? Ich hab ja nichts gesehen, ich weiß nicht, ob die was hatten Ja, nee, 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 nee Fühlig weiß, glaube ich nicht Hier, die kommen, die kommen, die kommen Die gehen vielleicht auf mich Slowly Der hat Ghost raus Der will jetzt rein, der will rein Ich muss rundlaufen einmal Aber Malfight wird von der Seite kommen Wir sehen Malfight, wir sehen Malfight Wir sehen Malfight Die werden alles auf Bröki machen, ne? So ein awkwarder Punkt für uns zu falten, ne? Ja, können wir mit Six langsam poken und da rüberspielen? Sau schwer für mich, ne? Obwissen Weiß nicht, können wir den nuken, wenn ich da mal rüber gehen? Ja Okay Wenn den ist gleich so gut Ja Wie soll ich einfach, ne? Nee, nee, dann engage in die uns Der Kassadin Der Malfight will für ne Ult gucken, auf jeden Fall Ich geh auf den Kassadin Ah, okay, ist wieder raus Ey, der hat jetzt, der hat jetzt schon 4 Stacks, der kann nicht mehr so oft ulten Ja Wir können Okay Hacker Malfight, einfach Ich bin, ja, ich bin hier hinten mit euch Nice Vain, Vain Okay, ich bin tot Ich hab kein Marner mehr Vain hat keinen Clans Ah, fuck, man 3 gegen 2 Oh, ja Oh, shit Oh, das war ein game winning play Oh, ja, ja Oh, schön Okay Der gute alte Heelbait, Leute Oh Wenn du nicht so viel Schaden machst, werde ich auch noch weggerupfter, eh Ja Oh Junge, Junge Oh Hast du sonst noch Wünsche, oder? Oh, ey, Alter Oh, man Oh, schön Das ist schon fucking scary, ja Okay Drei Level noch Ähm Wie machen wir das jetzt? Ihr geht gleich base und wir setten Nash up, oder? Ja Das soll, ja Die werden jetzt für Off-Tempo-Plays gehen So Also Selbst wenn die beiden schlecht stehen, gehen die fünfmal rein Ja Ja Okay Rookie blue, ich red und wir freuen Ich hab keine Flashes mehr auf unseren, äh Carries Carries, ne Könnt ihr euch auf die Flashes warten? Und dann Haben wir uns Zeit? Und dann mit der ersten Fall zurück Wollen wir echt, oder? Ja, 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 ja Das Ding ist, wenn wir danach einen Fight verlieren Dann ist vorbei Und dann ist das Game los Ja, aber das ist die ganze Zeit schon so, oder nicht? Ja, das stimmt, I guess Also wenn wir einen dicken Fight verlieren, ist eh das Game sofort vorbei Ja, ja Aber, Kassadin will 14 noch, ne? Ich glaub, bis euer Flash up ist der 16 Ja, aber der, also Der Build scaleht nicht so gut, wie der alte Kassadin, ne? Der da Der macht nur sehr viel Schaden, aber du hast halt überhaupt keine Utility Mhm Und welche für gehen? Nachdem, nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht Erste Mitte pushen lassen Warte, ich bin nicht cool, mein Baron Ist Melphard geflasht gerade? Nee Ich würde hier reinlaufen jetzt Wir haben keine Positioning mehr, wo wir safe sind Nee, aber Wir könnten theoretisch stummeln Ja, wir können 2man nashen, ne? Echt, ich kann jetzt hier von rechts kommen, oder? Aber der Haker läuft hier gleich rein, maybe Ja Seh ich, seh ich, seh ich Ja, ja, ja Warte, 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 ich bin noch nicht in Range Jetzt, Mitte, 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 Mitte Wain, 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 wain Ah, ich bin falsch Na gut, gehen wir wieder runnen, oder? Wait, können wir jetzt, ne? Melphard ist noch Bot, ne? Ja, wir können rein Einfach den TP posten, ja Ja Wir müssen dann mal, also der Fight ist echt awkward zu spielen, Leute, wenn er kommt Die kommen Den TP oder so? Ja, ich würde schon mal den finishen mit meinem 4. Schuss, ja Ja, aber Ja, willst du den extra shooten? Okay Nein, nein, jetzt! Oh mein Gott Die haben Nash Wir können, wir können Wir können, wir können Wir können Wir können Wir können Wir können Und dann TP'n, maybe Ja Der Haker kommt Der Haker noch Ich bin hier, ich bin Oh, ja Ja, ja Ich bin, ich bin super low Die, die da? Der Kassel, ich zoom Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie Die hat's verkackt, die hat's verkackt Ja, ja, ja In Lula What the? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Habt ihr mit der Wave? Ja Holy Shit Der Schaden ist ja unnormal Oh mein Gott Ich dachte, du smitest, wenn ich meinen 4. Schuss mache Ja, ich hab, ich hab nicht gesehen, ich dachte, wo der Malfight reinultet, dass wir einfach Oh Gott, die Wave ist dick genug, um sie zu covern Ne, aber erstmal jetzt gucken, dass ihr finisht Eifer Hat Malfight wieder ult ab, oder? Ja, ja, hat er wieder, hat er wieder ab Ich muss schnell meinen vorm Kopf Ja Ich bin tot, oder? No Okay Könnt ihr? 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden Also mit 6, also save, oder? Ähm Ah Keine Ahnung mehr Oh, schade Aber Aber jetzt haben wir nicht das gleiche Die Carry Flash Mal wird Ja Also ich, ich hätte wahrscheinlich auch einfach mit hitten müssen Den Tower Ja, ja, ich glaub wir gewinnen, da Ja, ich wollte halt in die Malfight ult nicht rein Der hatte die noch nicht, das anscheinend, weil der hat ja nicht geultet Ja Da hätte man den Timer kennen müssen, eh Ja Ja Ah doch, bei, also er hat 50 Ability A's, das sollte locker ab sein Ja, aber der hat sich nicht benutzt, also das meinte... Wir haben den Wartner, wir haben keinen Wartner Okay, how do we play? Äh, Lich Ban ist jetzt besser als vorher, oder? Ähm, ja, ja, ja Ja Ich würde Instant nochmal engagen, oder? Ich bin's Ja, die haben gerade keine, keine Carry Thumbs, also wir können eigentlich auch direkt rein Ja Dann gehe ich potten Und wir haben Carry Thumbs, ne? Ja, und die haben jetzt unsere Carry Thumbs Ja Ja Gehen wir dann einfach mit runter, oder? Wir, wir können einfach mit Klett mit Ja Und dann, und dann den Nextus angreifen, oder nicht? Können wir auch Ich glaub auch, dass der Int Ja, ne, 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 das ist Int, das klappt nicht Ja, oder, oder jetzt einfach hier Ja, wir einfach Ja, wir warten noch auf Zix, oder? Ja, ihr kriegt ja meinen Movement Speed Ja, also einfach auf den Nextus laufen wird nicht klappen, weil die, 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 die Die, wir kommen, die, wenn wir da reinlaufen Ah, die haben so viele OECC Ja, die haben so viele OECC Ja, das war ein bisschen klar, das ist noch sowas, wir gewinnen ja noch Fights, wir brauchen auch noch Ja Äh, was ist denn eineinhalb Minuten Elder Drag, ne? Also ich würde, ich würde hier gerne noch geworfen Also ich würde, ich würde hier gerne noch geworfen Was ist? Wir sollten hier einfach Mitte stayen, ne? Einfach Mitte Einfach Mitte Und dann langsam den Nextus angreifen Ja, ja, ja Die, die haben jetzt den Druck Äh, seid ihr sicher? Wir sind, wir sind Hackrim gerade nicht, ne? Flank wäre, glaub ich, richtig shit Oh ja, true Ne, ich kann ja was im Base Okay Ich meine, Kassahin bekommt auch keine XP, wenn wir das so weitermachen Die Vayne ist safe zu leben Ja, fuck Kann mich nicht bewegen? Schön Kann ich bewegen? Ich tank Vayne, ich tank Vayne Jemand Vayne, dann rein, bitte Ich hab sie Schön Ich bin auf 4K hier Fittich, Fittich, Kassah, kommt von hier Fittich, Kassah, komm von hier Ja, nice We got it Let's go, nice Let's go, nice Oh, willkommen In der zweiten Division der Prime League Let's go, man Nice, GG Hier wieder Six, danke Wieso war doch Kohle? Ey, ich meine, im Late Game ist der Damage halt gut Aber, alter Du spielst Ich musste drei Items haben, um Schaden zu machen An irgendwen Das ist so lame Aber dann, ich glaub der Gin Mitte Dings war übel gut Ja, ich hab bloß ein bisschen ge-greedet Also acht Tode sind nicht akzeptabel We take it Ich hab das auch ultra und sauber gespielt Aber gut Egal, wir haben's Das ist was zählt, Leute Go on boys Huh, Div 2 Ja, nein, dann sehen wir uns in 3-4 Monaten wieder Hab mich sehr gefreut Ne, also wir schreiben uns dann wegen Scrims oder so Wenn wir da was machen wollen Ja, ja Ich hätt Lust, persönlich Ey, you're the same Richtig nice zurzeit Ich wünsche euch einen schönen Abend Auf jeden Waren fest Waren fest Well played, guys Ja Gute Besserung dir mit der Hand Danke dir Mach dein Beste draus Und ähm Ja, wir sehen uns Wir sehen uns Auf jeden Fall Adios Amigos Ciao, ciao Tschüss